Hallo und herzlich willkommen im Sengarden Paraguay zu unserem Bautagebuch. Und Sie sehen schon, das Highlight dieser Woche ist, dass das Erdgeschoss von den ersten beiden Doppelhaushälften bereits so weit fertig ist, dass die Zwischendecke nächste Woche gegossen werden kann. Und ein kleines Video von der Baustelle, wie die Stützsäulen aufgebaut werden, um die Decke beim Erdgeschoss, also der Fußboden vom ersten Stock, zu gießen. Man sieht es hier, beim ersten Haus sind die Stützsäulen schon fertig und bei der Orchidee, der zweiten Haushälfte, da ist man gerade dran und baut sie auf. Ja, in Paraguay alles richtig tolle Handarbeit. Stütze für Stütze wird individuell zusammengeklopft und aufgebaut. Am Ende sieht es dann so aus. So, und jetzt mal ein ausführlicher Film über den Roro-Bau, den wir hier haben. Ja, die Decke wird übermorgen gegossen. Hier ist schon alles vorbereitet. Das heißt, wir sehen hier, da sind die ganzen Säulen. Das ist das Fundament für die Mauern. Das ist alles schon da. Die ist heute hier wunderbar mit Hand gegossen, wenn ich das so formulieren kann. Und hier oben sieht man, dass eben bereits die Holzstützen mit einer Holzplatte oder mit einer Holzdecke verlegt sind. Darauf sind natürlich dann die Stahlträger verlegt und das Ganze wird dann eben mit Zement noch ausgegossen. Ja, ich muss sagen, ich stelle mir immer vor, wie es fertig ausschauen wird und freue mich da immer mit einem Schnitzel. Mir ist so schön, wenn die Ohren nicht im Weg wären, würde ich rundherum grinsen. Aber es ist auch einfach toll. Ich meine, es ist auch ganz was anderes, wenn man, ich sag mal, mit eigenem Auftrag baut, man hat die Pläne mitgestaltet, entworfen und dann wird nach eigener Vorstellung das Ganze auch umgesetzt und es fängt an, eins zum anderen dazuzukommen. Das ist einfach eine ganz, ganz tolle Sache. Und das können Sie natürlich auch erleben, denn Ihre Häuser werden natürlich genau dann in dem Moment gebaut, wenn Sie sich entscheiden, eins zu kaufen. Es sind natürlich auch noch im Rahmen der Machbar, der Möglichkeiten auch noch Änderungen möglich. Und sollten Sie dann zufällig auch ein, zwei Wochen Urlaub hier verbringen, am Anfang und vielleicht auch am Ende der Bauphase, dann können Sie genau so live dabei sein und das miterleben. Ja, zu dem Zeitpunkt werden dann auch, wie gesagt, diese beiden Häuser schon fertig sein und sind dann auch zu mieten. Das ist die Idee von den ersten beiden Häuser, die werden vermietet. Und das heißt, dann könnten Sie sich natürlich auch hier einquartieren, wenn Sie das wollten und sehen dann ganz gemütlich, wie in, ja, ich sag mal, Dreilotentfernung ihr eigenes Häuschen entsteht. Also, wo ich mich gerade befinde, das ist später dann die Wohnküche, der Wohnbereich mit Küche vom Haus Orchidee. Das heißt, hier ist die Küche geplant, hier ist das Wohnzimmer geplant, hier geht es dann raus in die überdachte Terrasse, wie gesagt, schön große Terrasse, mit, überdacht wie gesagt, mit Decke drüber. Das heißt, bei Regen, bei Sonne, sie ist immer benutzbar und das ist einfach das Schöne hier in Paraguay, dass die Temperaturen ganzjährig es gestatten. Das heißt, dass man auf der Terrasse sitzt, je nachdem, wie viel Temperatur man mag, manchmal eher in der Vormittags, manchmal mehr um die Mittagszeit und manchmal eher am Abend. Also im Sommer ganz konkret frühstücken wir immer sehr, sehr gerne draußen und abends sitzt man auch wunderbar lange draußen. Während der Mittags- und Nachmittagszeit eher weniger, da geht man eher rein, weil es zu warm wird im Sommer und in den Übergangsmonaten, also Herbst und Frühjahr, da können sie ganztägig draußen sein und im Winter natürlich dann eher mehr um die Mittags- und Nachmittagszeit, wo man draußen ist, früh und abends dann eher nicht. Wobei, möglich ist es, es hat auch wie gesagt im Winter tagsüber, also in der Früh, abends, kann es gut und gern auch sein 20 Grad haben. Hört sich viel an, wenn man in Deutschland lebt, aber was habe ich gelernt? Es ist nicht die Temperatur, sondern der Temperaturunterschied, der das Gefühl kalt und warm macht. Und wenn Sie hier im Sommer immer so in die 40 Grad, sagen wir mal 35 plus minus gewohnt sind, dann sind 20 Grad im Winter einfach frisch. Unglaublich, aber warm. Ja, das war's für diese Woche. Sieht vielleicht für Sie nur aus wie irgendwelche Holzbalken, die da rumstehen, aber für uns ist es ein Meilenstein. Nein, das ist das erste Doppelhaus, die ersten beiden Doppelhaushälften und wenn die Zwischendecke gegossen ist, dann geht es auch gleich daran, den ersten Stock zu ziegeln und parallel dazu wird dann die Zwischendecke weiter aushärten und danach wird dann eben auch im Erdgeschoss geziegelt. Und dann kommt noch das Dach drauf und dann haben Sie eigentlich schon das Haus. Dann geht es an den Innenausbau. Aber wie gesagt, ich greife vor, das kommt in den nächsten Wochen. Ich hoffe, Ihnen hat das Video gefallen. Wenn ja, bitte Daumen hoch, damit wir wissen, es ist interessant für Sie und wir freuen uns nächste Woche wieder hier, Sie im Bautagebuch begrüßen zu dürfen. Ihr Zen Garden Team Paraguay. Tschüss!